Kerzen Kerzen sind das Symbol des Lebens und der Vergänglichkeit. Sie sind Zeichen der Stille, der Zeit, der Besinnung und bilden die Position eines Mittelpunktes. Einfach nur Pracht in Farbe und Leuchtkraft. Es ist schon bewundernswert, was eine kleine Kerze in ihrem doch so kurzen Leben alles leisten kann. Kerzen brennen immer bedingungslos. Sie spenden uns Licht, Wärme und Trost. Der Docht ist das Herz der Kerze. Und das Licht ist die Seele, die uns den Weg in der Nacht zeigt. Vielleicht gibt es sogar eine Kerzensprache. Musik Jede Kerze ist vom Himmel gesegnet. Allein das Betrachten spricht die Botschaft. Man lebt für die Hoffnung. Sie sind zart, verletzbar, sanftmütig, aber auch geduldig. Der Betrachter wird zum Nachdenken und zur Demut inspiriert. Kerzen sind wie Menschen. Sie brauchen Sauerstoff, haben eine Geburt und einen Tod. Wenn sie brennen, dann lösen sie sich niemals ganz im Nichts auf. Sie bleiben dem Raum in irgendeiner metaphysischen Form erhalten. Irgendwann und irgendwo werden die Bestandteile einer erloschenen Kerze wieder zusammengefügt. Damit eine neue Kerze geboren werden kann. Musik Jeder von uns ist eine Kerze. Musik Musik Jeder von uns ist eine Kerze. Aber Musik iste